Herr Schachner und die Mannschaft weiß, was sie geschafft hat, was ihr gelungen ist. Meister in der 1. Division. Da spritzt dann der Sekt in Strömen, da wird den Emotionen freier Lauf gelassen und da zeigt man Gefühle. Wenn man so eine Kulisse einmalig, 6 oder 7000 Leute im Stadion oder so, und noch 10 Minuten zum Spielen und die Leute schon am Zaun oben warten und einmal zu einspringen, ich sage, das ist einfach ein schönes Gefühl für jeden Kicker und unbeschreiblich einfach. Ich glaube mal in erster Linie, ich, ich.